Du, Friede, äh, Nikolaus. Danke auch schon, Friede. Also, als erstes müsstest du mein Herzgesicht aufsagen, eigentlich. Wie? Ja, du kannst auch singen. Das wäre die Alternative. Ja, okay, gut, dann singe ich. Ach klar. Ja, cool, da will ich zuhören. Ja, wir warten. Ähm, aber ich kriege auch ein Geschenk. Na klar. Okay. Ähm. Du kannst auch singen, Friede. Du kriegst auch ein Geschenk. Ja. Lieber Weihnachtsmann. Ja? Dieses Jahr war wunderschön. Leider suchte ich jeden Tag mein Föhn. Bitte Nuss und Birne. Dann komme ich wieder zur Kirche. Nee, die Kirche ist doof. Die haben mir gekündigt. Ja, die sind voll doof. Wenn es noch ein Morgen gibt, dann singe ich dir ein Sorgenlied. Ja? Was ist denn da? Die Sorgen erst mal da. Trägen die Frauen kein BH. Oh, cool. Da werden lauter Leute, da werden lauter Männer spitz. Und der Schmutzli ist sowieso ein Witz. Was heißt das, wenn ein Mönch betrifft? Oh, cool. Das ist wie ein Bleistift. Ja, das ist wie ein Bleistift. So, ich bin fertig. Alles klar. Warte, da habe ich das passende Weihnachtsgeschenk für dich. Bitte schön. Ja, das passt mir aber nicht, ey. Ich glaube, das ist ein bisschen groß, aber... Nee, das ist zu klein. Ach, was? Ja, kann ich das eintauschen? Ja, musst du ihn mal fragen hier. Sieh doch erst mal an. Nee, es geht nicht. Das passt nicht. Ich habe schon versucht. Es geht keins, leider. Vielen Dank.